Willkommen zurück zu Skel, wir schwangen genau dort, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, ich bin ein wenig... Das passt jetzt, gut, let's go. Ähm, Delfin will wieder irgendwo hingehen. Die... Mir ist übrigens eingefallen zwischen Episoden, woher Delfin war und ich bin nicht stützt drauf, aber... Well, it is what it is. Ähm, ja. Let's go. Ähm, to Solitude. Ja, wir dann müssen irgendwie hin. Das war in die Thalma Embassy Kinnan. Climb him back and we'll be off. Hanno? Yes. Solitude. Solitude ist einsam cat, by the way. Und... Da ist aber das Bard College. Also das Bard College. Von ähm... Skarim. Was irgendwie weird ist. Aber... Das wird schon passen. Ähm, wir werden uns dann online schnell spoilern, wo man ähm... Die Wörter kriegen für den... Okay, wir müssen das einsammeln auf und zu. Ähm, wo man die Wörter kriegen für... Den... Schnell Sprint Teil... Dingens, ne? So, es wird einer geköpft. Ich kann es nicht verhindern. Wenn ich zu nahe komme... Wenn sie mich töten. Hallo, schöne Frau. Woh? Entschuldigung, ich muss sich antachten um das zu. Oh. Okay. Shhh. 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 Die Hörterung an uns. Robaalia, du haste Ulfrik Stoneclog escape die Stadt, nachdem ereli Dangkling Touring, durch die Türche öffnet die Galle für Ulfrik. Du hast die People Solitude der люди. I was zu behörter... Es gab keine Mörder. Ulfric challenged Torek. Er hat den High King in fairer Kampf. So ist unser Weg. So ist das alte Kostum von Skyrim und alle Norden. Okay. Das ist eine Animation, die ich über sie gehabt habe, oder? Und... PG-14. Gut. Oh. Ja, das was? Schaut. What are we? What are you? Feel free to make requests. That's definitely going in my part of the ERA. Okay. Wir sind fertig schon raus. Letzte Stunde, what? Sind alle immer da da? Gut. Wir nehmen uns die Shite Nades. Wir gehen auch schnell da in den Alchemie Shop. Weil das habe ich früher einmal gekauft. In Angelines Aerometrics. You should talk to my aunt. Angie, what you're looking. You're a traveler, correct? Yes. Wonderful. I hadn't... My daughter Fuhrer was assigned to White Run after she joined the Imperial. I haven't heard from her lately. I've tried talking to Captain Aldous, but he hasn't gone. Oh, that's very sweet of him. Anything you can find. Take a look. Schauen wir mal, was dort... Wo sie sie brauchen, ha? Gibt sich das? Wir haben fast alles unlocked. Wären wir jetzt, äh, zwei von alle gehören. Ähm... Ja, sie hat absolut gar nichts. Hm. There's one with Haggirin Feathers. There's one with Haggirin Feathers. There's one with Hawk Feathers. There's one with Hawk Feathers. I have to save a cat. Na ja. How nix. Don't forget me next time. Sir, I started, uh... Ah, welcome. I'm a little busy at the moment. I've got all sorts of errands to run. Sure. Good for you. This is White Run. Okay, I'm a, uh, speech of level 100. Relativ einfach trainieren. Aber nur in conjunction mit... Pickpocketing. Und, äh, sowas haben wir noch. Really? You're who she picked? Yes. Here's the deal. I can smuggle some equipment. Don't plan on bringing anything else in with you. But, give me what you can't live without. And I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Sure. Okay. I'll get this inside the embassy for you. I've gotta go. I'll find you at the party. Don't worry. you've got a base of that. Okay. Let's get it. Okay. I'll get it. Okay. 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 Aber ich brauche doch... Ja, das passt schon. Ich werde schon nicht so viel. Gut, wir sehen uns dann dort. Oh, stimmt. Cool. Der Dragonborn comes. Ja, das kenne ich alles. Glaub, da hat die... Na ja, ist auch nicht, wie es heißt. Irgendein Stream mit Rode Hur hat er einmal auf einer Messe das gesungen. Und das war extrem nice. Ich weiß leider nicht, wer das war. Ich weiß leider nicht, wer das war. Okay, gut. Jetzt... Jetzt wird wieder hier mega... Ähm... Da legen wir es rein, oder? Zu die... Gepfe... Da, in den Dresser, da legen wir einfach alles rein, was wir nicht brauchen, im Store. Weil es braucht schon sehr viel Gewicht, muss man sagen. Das kann sich nur mehr am Schaden handeln. Gibt es echt jetzt wieviel, wieviel Ding wir sparen dadurch? Wir haben, wir haben so viel Blut jetzt. So. Ja, ein bisschen was habe ich gefressen. I can change it now. So. Yo. 500. Das ist nice. So. Also wenn wir nichts kaufen, verkaufen einfach alles. Das passiert ja nicht oft. Äh, brauchen wir nicht. Und dann ein Boot. Und dann ein Boot. Und dann ein Boot. Und der Rest ist egal, oder? Ja. Ja. Oh, was du? Äh. Ich habe gerade es verkannt. Was ist das? Oh, stopp teasing me. Sorry, Lucia. Ja. Gib mir alles was du hast. Ich mache schon einen Dragon Dagger. Ich glaube, ich glaube das ist ein geeignetes Geschenk für meine Tochter. Oh, das ist eine Mermaid. Oh, das ist nehmert. Hoppala. Jetzt kriegt hier einen Dragon Dagger. Es ist ein Heerloom, seit hunderten von Jahren in unserer Familie, also ich hab auf Konsole überdruckt. So. Ich hoffe, sie appreciated das. Ah, das war expensive. Was machst du in meinem Haus? Verpiss dich! Ähm. Jo, ich hab was für die LZ. No problemo. Vernehmen wir da alles weg. Ich sehe dich, mein Lieber. Was brauchst du? Ich sehe dich, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Was brauchst du? Komm ins Bett. Schau dir. Schau dir. Schau dir die Augen auf. Ist richtig schön. Kriegsbemalung. Okay. Wir... Mit Delfinen des Stables. Exactly what I wanted to do. You know? Ich bin jetzt nackert. Witzig war's ja, wenn die, äh, 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 die Delfinen, sag ich, die Lüdie einfach mitgekommen. By the way, wenn du jetzt nackertest, sind wir ziemlich im Arsch. Ich hab Kabel vom... Hull! I need to ask you to stop. That shouting is making people nervous. Can't say I've heard of any laws against whatever that is you're doing. But I'll lock you up if I have to. Good. Glad we straightened that out. Fast. Cutlass Farm. This is Solitude. Machen wir schon ein Screenshot? Geil. Cool! Was? Das ist unser Thumbnail? Zwölf Minuten? Was ich mal merken irgendwie? Oh, Delfin. Servus. Yes. Good. I have your... But the only way you're going to get past the guard. Which means you need to look the part and not be armed. When you're ready. I'll keep the rest of your gear. You'll only have what Melbourne smuggled in... Good. Plus whatever you can pick up inside. You can't go to a party at the Thumbnail... I'm ready. Don't worry. Just make sure. Good luck. You can't go to a party. You can't go to a party. What are you doing? What are you doing? Hoppala. I've hit you. The poor cat. That's it. Ah. A fellow latecomer to Eleman's little soiree. And arriving by carriage no less. I salute you, sir. My lateness is due more to getting lost on the way up this gods-forsaken mountain than any desire to actually arrive late. I prefer to arrive early. Often the day before the party. So as not to miss out on any of the drinking. Welcome to the Thalmore Embassy. You're in... Thank you, sir. Go right here. Okay. Good. We're sitting just in the party. And we're... That's where I'm going to get off. What's up? I don't believe we've met. I am Ellen Winner, the Tha... And you are... Oh, she's the ambassador. The ambassador. The one we have at the beginning. Don't worry. My parties are always well stopped with the... Perfekt. Please, tell me. What is it, Malborn? Sorry to interrupt. It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the... Of course. I've told you before not to bother me with such trifles. Yes, Madam Ambassador. My apologies. We'll have to get better acquainted later. The hospitality of the Thalmore Embassy is at your service. Do enjoy your... What can I get for you? You made it in. Good. As soon as you distract the guards, I'll open this door and we can... Let's hope we both live through this day. Of course. Let me see if we have enough... I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Okay. Wer schaut aus? Es könnte den auffüllen. Die Maven? I don't recall seeing you at one of these before. And I know everyone who's anyone in Skyrim. You might learn much to maintain relic... By the way. I don't know who you are, but unless you want me to blow your cover, I'd advise that you avoid me for the rest of the party. We have a relationship of... I care a little about them. But I do respect power and the fatigeness of the inside. And then we'll never miss one if I can help it. Until next time. But not every Nord is obsessed with strength. A Riff? As for honor? Well, there are some luxury... Okay, we're gonna... There's a likely looking filly, even if she is in health. Can I have a drink? You look at that. It comes to a drink. Yeah. Yes. What do you need? Here you go, sir. Is there anything else, I can get for you? And believe me, I don't say that. Alright then. I'm very discriminating. What does a fellow need to do to get... Ah! If there's anything I can ever do for you, do not. Wonderful! I can begin. Is that all? My friend, you've come to the right place. Stand back and behold my hand. I can imagine... It's so good. I can imagine a week. Attention everyone! Could I have your attention please? I have an announcement for me. Let's go! Let's go! Before anyone notices us. Oh, Helen Wynne, our mistress. I speak figuratively. Let me do the talking. It would be more unlikely than that someone would actually want her in their bed. Although... Most of you are already in bed with us. Aber wiederum, ich spreche über dich. Nicht jetzt. So far so gut. Wir hoffen, dass niemand uns aussehen. Wir müssen durch die Küche. Ihr Geir ist in der Larder. Nur bleiben Sie nahe, und lass mich machen. Versteht es? Wer kommt, Melburne? Ihr wisst, dass ich nicht lustige Schmerzen in der Küche bin. Ein Gast, der fühlt sich krank. Lass die Schmerzen. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass das gegen die Räume ist. Räume ist das, Savonni? Ich wusste nicht, dass die Schmerzen zu schmerzen war. Vielleicht soll ich die Schmerzen fragen. Geh raus. Ich habe nichts gesehen. Ihr Geir ist in dieser Schmerzen. Ich werde die Schmerzen hinter dir. Nicht! Ich bin jetzt. 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 Oder was? Oh nein, ich bin jetzt hier. Woops! Ich muss die Tür drücken, oder die Patrollen sehen können, dass etwas falsch ist. Good luck! Du hast diese robben. Du hast jemanden gesehen. Oder sie gewinnen. Okay. Was ist das? Du bist weak. Oh, Elven Dagger. Das ist der Branche, jawohl. Das ist der Branche, jawohl. Aber wir sind nicht wirklich langsam. Diese Episode. Wieso denn? Oh, Storm Arjuna, klar. Deswegen. Ich meine Daughter, ähm, ich war nie Stealth. Nie ein Stealth-Charakter? Ähm. Deswegen war das immer füchterlich schwer. Ich hab keine Ahnung, was da geht. Ich geh einfach weiter. Oh. Oh. Well, I'm sorry. Drinking Investigation. Der Fien. Irgendwer. Okay, glaube ich komme da mal befreien. Wir tun so, der Victor, der Efforts, bla 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 bla, oder, okay, das ist alles uninteressant. Der Fien. Der Fien, Active, Capture, Kill, High Priority. Sie ist ein großer Charakter, jeez. Regrets only. Okay, good. Interrogation key. Would you not? You can't do anything. They have an interrogation key. Espern. Espern. Escape the Thelma Embassy. Hm. Espern is alive. Okay, das wird die Delfine interessieren. Ich kann die auch noch nicht aufsperren. Ich kann die Delfine interessieren. Ich kann die Delfine interessieren. Danke! Ja? Go ahead. Requires a key. Ah, no keys. They have quills and smokes. Oh, Flora's amethyst. Nice. Show me how the angels look up to the left. Ah, lockpick. Okay. Chapter key. Nice. Let's go. Okay, our friends are already saved. There are dead. A stone of Berenziah. Nice. Illusion. The Berenziah Quest will be there. Mega nice, right? This was Dr. Dolphin? Yeah. Ah, there is. You have my embassy. Huh. Well done, wonderful. Underbore. Ah, we will it here. I missed you. Let's go. Es gibt ja in Skyrim, äh, irgendwas mit den Masken. Na, mit den Dragon Masks. He's alive? He's alive? He's alive? No kidding. He's alive. That's right. He's alive. Gut, Diplomatik in... Was? Immunität. Gut, das ist alles unsere... Unsere Atems. Gut, Recover Equipment, which I did. Also gehen wir direkt zum Brynjolf. Oh, Little Dragon. I'll have your head, ja? Komm, rauf, rauf. Katze, was hast du denn? Komm, rauf. Komm, rauf. Consider, was, noch range zum Gehlen? Lande. Ja, whatever. So, ich renne weg. Nix passiert. Donkey! Ach, come on. Landen. Das war keiner cool, Gott. Das ist einfach ein Sturzflug auf mich. Wow, Alter, das ist sowas von langweilig. Lande! Lande irgendwo, wo ich dich erreichen kann. Du überlebst nur einen Hit. Das bleibt zu fliegen, oder? Oh, das ist... Der Kill dauert länger, durchs Worten, dass er launt. Oh, verfucks, ich launt einfach, bitte. Ich kann es nicht erwarten, bis ich in den Schrei gehöre, dass er eigentlich launt. Alter, ich muss einfach wegrennen vor einem blöden Drachen. Nicht, weil er zu viel Damage macht. Sondern, weil er nicht landen will. Ich kämpfe gegen den Drachen hat schon drei Minuten. Lande. Oh, das ist langweilig. Oh, das ist noch nicht. na thank fuck oder fertig es ist sowas von uninteressant ich kann nicht weg porten, solange ich nicht die Seele habe ist das nervig es hat gerade Zeit gekostet, bin ich froh wenn es fertig ist so bring dir auf ich habe es aber mit Absicht noch nicht gemacht jo na na Ich habe ein bisschen eine Erreignung vorhanden, und in meiner Reihe von Arbeit, extra, einfach, ich werde eine Distraktion führen. Du wirst die Medessis holen. Once du es hast, ich will dich in die Medessis holen. Ich will dich in die Medessis holen. Jetzt, du sagst mir, wenn du bereit bist. Du sagst mir, wenn du bereit bist. Warte, bis ich die Distraktion beginne. Dann zeigst du mir, was du kannst. Hier für die Fischung, denke ich. Jeder, zusammen. Was möchtest du? Was möchtest du? Was möchtest du? Oh, Bolli. Ja, hallo. Willst du dich zusammen mit meiner Arbeit, nach der Fischung? Wer sieht mich? 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 Was möchtest du? Master-Level lockst. Eigentlich sollte ich in der Schlüsselvidee an einige gehen. So kannst du ja auch etwas lockpicking-levelen. Bei uns wohl ist es? Was ist das? Okay, das ist jetzt auch nicht. Ein bisschen hecher. Ah, ein bisschen hecher noch. Und zwar doch vielleicht. Zu viel. Weniger oder mehr. Nice. Die Leatherbräße sind weg. Das war das Feuerchen. Mystical beings who live in Ledger. Ah. Da haben wir nicht irgendein Ding, das ich unsichtbar machen kann. Das ist die Sache. Auf Invisibility. Wie sieht mich? Das ist nicht möglich. Was müssen wir steilfen? Na gut, easy. Ja, ja, Thiefskill. Gut. Neue, bin ich nicht, I'm not new, ähm, wo ist der Redway? Ich komme wieder runter. Ah, ja. Ähm, irgendwo da, gell? Weißt du, wir haben nur eine Minute, da schaffe ich es glaube ich, dass ich runterkomme. Ah, es war jetzt gerade zack. Wow, hm, was ist das? Nein, let's go. Just keep moving, just keep moving. Ah, ja. Da war's, okay. Das ist, eben wo der Harvey ist. Der Boxer. Genau. Der Treasurer Troph und... Der Shortcut. Gut, und das war's. Der Ragged Flaggen. Das Vorgebiet zur Thiefskill und da kommen auch die Vex aureden. Ich bin... Ist die wegs? Ist die wegs? Ist die wegs? Ich hab gerade das gestorben. Ich bin nicht hier, um deine Hand zu halten. Das ist das. Ich bin nicht hier. Es ist das Aufmerksamkeit. Sie sind ja auch die Brün. F�t ihn für dich zu leisten. converts eine Die Beamte zu leisten. Ich bin nicht so... Das ist eine einfache Geschichte. Okay, und das ist wo der Espanne ist. So, Renioff! Okay, das ist die Biggest für Thievingguild. Ja, aber du musst mein Ding appraisen. Du B***. Und sie ist der Sculpt, oder? Das ist mein Lieblingscharakter in der Thiefskirze. Okay, und das, meine Freunde, war das Ende der Episode. Wir haben schon wieder überzogen. Zeilen wir. Okay, dann schauen wir ihn schneller noch auf. Ähm. Impossible. Und got one hit. Okay. Meine Freunde, das ist das Ende der Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst uns mal ein Lekt an, und euch doch, lasst uns abtauen. Sehen nichts, wenn ihr euch anschaut, wenn ihr euch am WD-Variety-Channel jeden Tag 6er-Video. See more Livestream. Und am 9 Uhr ein Video auf Englisch für euch. To enjoy. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir haben hier einen Espen gefunden. Unabsichtlich, aber doch, dass ich jetzt aussehe. Ja, sicher. Okay, meine Freunde, fertig.